Hamilton knackt den nächsten Rekord von Schumacher, Johan Mir gewinnt den WM-Titel in der MotoGP, Dominic Thiem entscheidet die Revanche bei den ATP-Finals für sich und das ÖFB-Team gewinnt in der Nations League gegen Nordirland. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE-AT-Sportstudio. Unser ÖFB-Team gewinnt gestern im Nations League-Spiel im Ernst-Happel-Stadion gegen Nordirland mit 2 zu 1. Josh Magenis hat die Gäste in der 74. Minute in Führung gebracht. Die eingewechselten Louis Schaub und Adrian Grirwitsch sorgen in der 81. und der 87. Minute für die Wende. Die Österreicher haben sich damit gestern den fünften Sieg in Folge geholt. Dem ÖFB-Team würde am Mittwoch gegen Norwegen also auch ein Punkt für den Gruppensieg reichen. Unser Nationalteam spielt aufgrund von Corona im kommenden Nations League-Spiel nicht gegen das ursprünglich nominierte A-Team der Norweger. Es soll eine norwegische B-Auswahl nach Wien kommen. Für alle Kinder da draußen, die vom Unmöglichen träumen, ihr könnt es schaffen. Das waren die ersten Worte, die man von Hamilton nach seinem Sieg durchs Cockpit hören konnte. Der Grand Prix der Türkei gestern Vormittag war die Krönung von Louis Hamiltons Karriere. Der Mercedes-Pilot holt sich in Istanbul seinen siebten WM-Titel und zieht damit mit dem Rekordhalter Michael Schumacher gleich. Auf Platz 2 fährt Sergio Perez im Racing Point. Sebastian Vettel konnte gestern in Istanbul seinen ersten Podestplatz seit Oktober 2019 holen. Der 121. Podiumsplatz in Vettels Karriere wird dem Ferrari-Piloten trotz seiner vielen WM-Titel und Grand Prix-Sieger in Erinnerung bleiben. Platz 3 war für den 33-Jährigen das mit Abstand beste Resultat in diesem Jahr. Auch Johan Mir hat allen Grund zu feiern. Er sichert sich vorzeitig den WM-Titel in der MotoGP. Beständigkeit auf hohem Niveau hat sich für den Spanier und für Suzuki bezahlt gemacht. Eine Woche nach seinem bisher einzigen Saisonsieg genügt für den 23-Jährigen gestern in Valencia der siebente Platz, um sich den Titel zu holen. Johan Mir fährt damit in seiner erst zweiten MotoGP-Saison den WM-Titel in der Königsklasse des Motorradsports für Suzuki ein. Franco Morbidelli hat sich gestern in Valencia den ersten Platz geholt, hinter ihm auf Platz 2 Jack Miller. Platz 3 holt sich Paul Espargaro auf KTM. Yamaha-Pilot Fabio Cattararo, der heuer lange Zeit als Titelanwärter gegolten hat, ist frühzeitig durch einen Sturz ausgeschieden. Dominic Thiem ist gestern bei den ATP-Finals seine Revanche gegen Stefanos Tsitsipas gelungen. Vor einem Jahr verlierte er im Endspiel der ATP-Finals ganz knapp gegen den Griechen, gestern besiegt er ihn nach 2 Stunden und 17 Minuten mit 7 zu 6, 4 zu 6 und 6 zu 3. Im zweiten Spiel des gestrigen Abends in der Gruppe London 2020 gewinnt Rafael Nadal klar gegen André Rublev mit 6 zu 3, 6 zu 4. Thiem trifft damit morgen auf Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas auf André Rublev. Der Amerikaner Dustin Johnson hat gestern das 84. Masters in Augusta gewonnen. Der 36-Jährige gewinnt mit 5 Schlägen Vorsprung auf den Australier Cameron Smith und den Südkoreaner Im Sundye, die Ex-Equo mit 273 Schlägen den zweiten Platz erreicht haben. Vorjahre-Sieger Tiger Woods hat nach einer guten Auftaktrunde nur den enttäuschenden 38. Rang belegt. Der Burgenländer Bernd Wiesberger beendet das Turnier mit 26 Schlägen hinter Johnson auf Rang 58. Bregenz Handball gewinnt gestern mit 33 zu 29 das Heimspiel in der Spusu-Handball-Liga Austria gegen die HSG Graz. Schon nach der ersten Halbzeit führen die Bregenzer mit 19 zu 16. Die Grazer können zwar auch in der zweiten Halbzeit immer wieder verkürzen, am Ende gewinnt Bregenz Handball jedoch klar mit 33 zu 29. Durch die gleichzeitige Niederlage der SG Insignis-Handball Westwien gegen Sparkasse Schwarz-Handball-Tirol überholt der Rekordmeister die Wiener in der Tabelle. Bregenz liegt nun punktegleich mit den Kremsern an vierter Stelle. Man of the Match der Bregenzer an diesem Abend war Roman Cicicalo mit 10 Toren. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Montag und bis morgen im KRONE-AT-Sportstudio.